Borussia Mönchengladbach steckt nach einem enttäuschenden Saisonstart tief in der Kritik. Die Fans haben ihre Geduld verloren. Und die sportliche Führung rund um Trainer Gerardo Seohane und Sportdirektor Roland Wirkus steht mehr denn je im Mittelpunkt. Die Fohlen haben nach sechs Spieltagen der Bundesliga nur zwei Siege eingefahren und mussten bereits vier Niederlagen hinnehmen, was ihnen derzeit den 14. Tabellenplatz einbringt, weit unter den Erwartungen, die man nach den Sommertransfers hatte. Dabei startete die Saison durchaus vielversprechend. Die Neuverpflichtungen von Spielern wie Tim Kleindienst, der kürzlich zum Nationalspieleraufstieg, und Kevin Stöger aus Bochum sorgten für Aufbruchsstimmung rund um den Borussia-Park. Selbst die knappe 2-3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, den Dubbel-Sieger der vergangenen Saison, im Auftaktspiel, wurde als unglückliches, aber kämpferisches Zeichen gewertet. Doch diese Anfangseuphorie ist längst verflogen. Besonders das jüngste 1-2 gegen den FC Augsburg hat die Stimmung kippen lassen. Die Fans sind frustriert. Und auch Gladbachs Führung ist zunehmend ratlos. Nach dem Spiel fand Sportdirektor Roland Wirkus ungewohnt deutliche Worte. Das war unser schlechtestes Spiel. Wir hatten viel Ballbesitz, aber haben absolut nichts daraus gemacht. Harmlos, ängstlich, ohne Tiefe. Tim Kleindienst war vorne völlig auf sich allein gestellt. Diese Kritik zeigt, dass die Probleme in der Mannschaft tief sitzen und sowohl taktische als auch mentale Defizite bestehen. In einer Umfrage der Rheinischen Post, an der rund 3000 Gladbach-Fans teilnahmen, wurde deutlich, wie stark die Unzufriedenheit mittlerweile ist. 39% der Befragten bewerteten Wirkus, Arbeit mit der Schulnote 5 mangelhaft. Weitere 22% gaben ihm sogar die Note 6 ungenügend. Auch Trainer Gerardo Seohane schnitt ähnlich schlecht ab. 47% der Fans bewerteten ihn mit der Note 5, 28% gaben ihm die Note 6. Das ist ein vernichtendes Urteil, das den Druck auf das Duo Seohane-Wirkus immens erhöht. Dabei wurde Seohane noch vor wenigen Wochen positiver bewertet. Ein klares Zeichen dafür, wie schnell sich das Blatt im Fußball wenden kann. Seine Bilanz in dieser Saison spricht Bände. Trotz namhafter Verstärkungen schafft es das Team nicht, konstant Leistung zu bringen. Die taktische Ausrichtung wirkt oft ideenlos. Und die Mannschaft scheint in entscheidenden Momenten zu passiv zu agieren. Kein Wunder, dass bereits erste Gerüchte über potenzielle Nachfolger für Seohane die Runde machen. Berichten zufolge habe der Verein bereits zwei Kandidaten im Auge, falls sich die Lage weiter zuspitzt. Doch das Problem liegt nicht nur bei Seohane. Auch Wirkus, der für die Kaderplanung verantwortlich ist, gerät zunehmend in die Kritik. Zwar wurde ihm nach der Transferperiode noch eine solide Note von den Fans zugestanden. Aber mittlerweile wird seine Arbeit als ungenügend angesehen. Die Fans fragen sich, haben die Verantwortlichen wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen? Für Borussia Mönchengladbach stehen nun entscheidende Wochen bevor. In den kommenden Partien gegen Heidenheim, Mainz und Bremen muss das Team dringend punkten, um das verlorene Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Aber bevor es gegen Werder Bremen geht, wartet im Pokal ein schweres Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Ein weiteres potenzielles Stolpern, das den Frust nur weiter anheizen könnte. Was denkt ihr? Ist das Vertrauen in Seohane und Wirkus bereits endgültig verspielt? Oder gibt es noch eine Chance, die Wende zu schaffen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr die Lage seht.